Ich bin Pia Sieber und arbeite als freie Journalistin unter anderem für die Taz und das Z-Magazin. In dieser Fortbildung erfährst du, wie Suchmaschinen funktionieren und wie du und deine Schülerin Suchmaschinen reflektiert im Unterricht nutzen können. Gute Recherche spart Zeit und Nerven und ist nicht nur im Journalismus sehr wichtig. Die unterschiedlichen Suchmaschinen zeigen dir unterschiedliche Ergebnisse an und manchmal findet man mit ein paar kleinen Tricks schnell heraus, was man eigentlich wissen will. Im ersten Abschnitt geht es darum, Suchmaschinen zu verstehen. Was passiert, wenn ich einen Begriff in das Suchfeld eintippe, woher kommen die angezeigten Suchergebnisse und was passiert eigentlich mit meinen Daten? Im zweiten Abschnitt zeige ich dir, dass es noch mehr gibt als Google, denn gerade wenn der Datenschutz wichtig ist, gibt es gute Alternativen. Ich stelle einige Suchmaschinen vor und vergleiche sie. Auch Suchmaschinen, die speziell für die Nutzung durch Kinder entwickelt worden sind, zeige ich dir. Dann geht es weiter mit der Recherche. Ich habe ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt und du erfährst unter anderem, was die umgekehrte Bildersuche ist und wie du deine eigene Suchmaschine für deine Klasse erstellen kannst. Im vierten Abschnitt geht es um die Suchmaschinen im Unterricht. Ich habe verschiedene Ideen entwickelt und gesammelt, wie man Unterrichtsstunden zum Thema Suchmaschinen gestalten kann. Zusätzlich erhältst du Materialien, die du direkt im Unterricht verwenden kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Fortbildung und bei deinen zukünftigen Recherchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.